Die Corona-Pandemie trifft die bayerische Wirtschaft in einer Zeit radikaler Umbrüche. Durch unterbrochene Lieferketten, Auftragsrückgänge oder Betriebsschließungen sind hohe Liquiditätsbedarfe in vielen Betrieben entstanden. Daneben müssen Transformationsprozesse, etwa durch Digitalisierung, Klima- und Mobilitätswandel, bewältigt werden. Besonders der Mittelstand steht hier vor großen Herausforderungen. Die mit der Transformation verbundene Umstellung etwa von Produkten und Produktionsabläufen oder gar ganzen Geschäftsmodellen stellt hohe Anforderungen an die Innovationskraft der Betriebe und ist kapitalintensiv, häufig bei gleichzeitigem krisenbedingten Rückgang der Erträge. Die doppelte Herausforderung durch Pandemie und Transformation ist einzigartig. Deswegen haben wir als LFA schnell reagiert und Sonderkredite und erweiterte Risikoentlastungen zur Verfügung gestellt. Zudem wurde das Förderverfahren erheblich beschleunigt. Mit Hilfe unserer Förderkredite, etwa dem LFA-Schnellkredit und dem Corona-Schutzschirmkredit, sowie unseren auf bis zu 100 Prozent erweiterten Risikoübernahmen, können über die Hausbanken der Unternehmen schnell und wirksam Liquiditätsengpässe überbrückt werden. Bis Ende September, also nach gut sechs Monaten, wurden von der LFA bereits Corona-Hilfen von rund 1,2 Milliarden Euro zugesagt. Mit Eigenkapitalinstrumenten der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft und der Bayernkapital, etwa dem Start-up-Schild Bayern und dem Eigenkapitalschild Mittelstand Bayern, stehen Gründern und Unternehmern weitere Corona-Hilfen zur Verfügung. Die Zukunftsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts hängt maßgeblich davon ab, dass die Unternehmen den bereits vor Corona begonnenen Wandel erfolgreich wieder aufnehmen und in ihre Wettbewerbsfähigkeit investieren. Vorhandene Defizite, zum Beispiel bei der Digitalisierung, hat die Krise schonungslos aufgedeckt. Mit ihrer umfassenden Gründungs- und Wachstumsförderung, den Finanzierungsangeboten für Energieeffizienz, Umwelt- und Klimaschutz, sowie im Bereich Innovation und Digitalisierung, leistet die LFA einen wertvollen Beitrag zur Finanzierung einer erfolgreichen Transformation, insbesondere im Mittelstand. Zusätzlich soll mit dem Transformationsfonds Bayern die notwendige Kapitalbasis mittelständischer Unternehmen für neue Investitionen gestärkt werden. Denn es reicht nicht, Corona-bedingt aufgebrauchtes Eigenkapital nur zu ersetzen. Mit dem Bayern-Fonds der Staatsregierung werden mittelständische Unternehmen stabilisiert, die für den Wirtschaftsstandort Bayern besonders von Bedeutung sind. Etwa für die technologische oder wirtschaftliche Souveränität, die Versorgungssicherheit, kritische Infrastrukturen oder den Arbeitsmarkt. Hinzu kommen Angebote wie der Wachstumsfonds Bayern oder der neue Scale-up-Fonds. Die LFA schöpft ihr gesamtes Förderinstrumentarium bestmöglich aus, um die mittelständische Wirtschaft in Bayern wieder in Fahrt zu bringen. Als Bayerische Förderbank unterstützen wir so die Unternehmen dabei, auch mittel- und langfristige Investitionen und Umstrukturierungen erfolgreich zu verwirklichen. Die LFA schöpft ihr auch mittel- und langfristige Investitionen und Umstrukturierungen bestmöglichen. Die LFA schöpft ihr auch mittel- und langfristige Investitionen und Umstrukturierungen bestmöglichen. Die LFA schöpft ihr auch mittel- und langfristige Investitionen und Umstrukturierungen bestmöglichen.